Wer so hart sieht Achso Ich will das von meinem Grundlück aus nicht sehen können Das sieht sonst doof aus Und ich will da nicht reinfallen, wenn ich mal Bäume fälle Aua Will da nicht reinfallen Ah oh Mach nicht nach, mach nicht Tag, mach nicht Tag, mach nicht Tag, mach nicht Tag, mach nicht Tag Noch nicht Tag, noch nicht Tag Bitte Tag, bitte Tag, bitte Tag, bitte Tag, bitte Tag, bitte Tag Nein, 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 ich will nicht eine Explosion haben Ich will Tag Ich brauche einen Tag hier Ich will keine Explosion haben Gleich kann es Tag werden Oh nein Schießt auch mal irgendwo oben, wa? So, ja, auch safe Ich brauche mehr Alter, ich brauche jetzt endlich mal hier Tag Oh, ich kann es immer da hinten machen Boah, die ganzen Monster Alter, scheiß, die waren dann Oh nein, nicht schon wieder So Da hat er schon wieder die Wand angeschissen Das mache ich übrigens nur mit meinem Mund Ja, klar So, jetzt bin ich aber nicht Echt? 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 Das ist wirklich Das muss ein M fahren Ich kriege da durch Kopf Kino 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 Ich brauche noch zwei Zweimal Müll Zweimal Müll? Moment mal, vielleicht funktioniert das ja auch so Gönn dir mal ein bisschen Müll Gönn Scheiße Habe ich natürlich nicht Bedankten Kring Scheiße Alter 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 Ich kann das nicht Ach so, scheiße Das ist nicht gut Du hast es einfach nicht drauf Ja, das stimmt gerade irgendwie Wofür brauchte ich jetzt die RA-Batterien? Das hast du uns nicht mit dem Tun, deswegen wir nicht wissen Bescheid Ich brauche so viel Eisen Shit Eisenschild Oh Gott Das ist ja mal eine Überze Falle ey Wenn man da nicht dran denkt ey, kriegt man echten Anfall Nein Schwein geh nicht hin Du fällst hier nicht runter Nein, Schwein geht's hier raus Schwein, fäll da runter Los Schwein, gönn's dir Nein Man lebt bloß einmal, man kann alles einmal ausprobieren Das heißt es noch Das, da hast du recht Ich weiß nicht We find Iron Jetzt Tag mittlerweile? Keine Ahnung Ja 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 Oder dann muss ich mal Holzfarben gehen Das heißt ich brauch's achtmal Immer noch falsch eingeschossen, sehr gut Okay, ich hab die Holzfarben und farme etwas Holz Ja, ja, ja 1, 2, 1, 2, 1, 2, 3, 6, 7, 8 Hoffe ich mal alles im Jahr Immer noch falsch eingeschossen So, dann gucke ich mal auf die Turtle jetzt hier auch die Erde Ich brauche Müll Oh, scheiße Huch Denny braucht Müll Ich brauche was zum Deckwerfen Kann ich die verbrennen, ja aber Ja, was heißt Oh, scheiße Oh, scheiße Projekt, hey, wo brauche ich den? Kann ich den wegwerfen? Scheiß drauf Scheiß drauf Aber scheiß drauf Malle ist nur einmal im Jahr Genau Und wir waren nicht dabei Ja Oh, shit Mit die Wand an Ich bin der Sandmann Ja Ich bin der Sandmann Da muss ich mir wieder in Kopf halten, tut mir leid Das ist mir jetzt eine Eigenschaft, die ich nicht ganz nachvollziehen kann Dass ich dir Sand gehen kann So nochmal, also da für Volk, nur zwei Dass ich mir Sand gehen kann Aber stimmt, der Ram hat gesagt, vielleicht kriege ich mehr Energie Mh, da muss ich mal kurz gucken gehen Ja Ja Ach Ach, dann mache ich mal ein paar Screenshots in der Zeit, wo die Teufel hier für mich alles abbaut Ach nö, das sind ja Grundstücke, ey Wer wohnt denn hier Aber, wer wohnt denn hier? Wer wohnt denn hier, die Floras, oder was? Das kann doch wohl nicht Warzenschwein, diese Octavian immer, oder? Ja, wahr? Und wer montiert? Das ist ja nicht mehr lustig, ey. Ach, Wumpa-Wilms, ey. Mein Gott, ey. Du warst bei mir schon, seine Freund. Ich weiß, aber ich hab vergessen, was dein Buchstück ist. Hallo, was, was? Hinter dir. So, Generator. Oh, hallo, Wilms. Hallo. Superman! Der Generator kommt hier hin. Wimms, der Superman. Auf jeden Fall. Das heißt, ich brauch nur zwei davon. Ich laufe ein bisschen rum und finde wahrscheinlich nicht mehr nach Hause, aber ich brauch's. Hochgegangen, alles. Held sehr brauche ich nicht. Nee, ich hoffe mal nicht. So, Turtle, du Turtle-Schlampe, Turtle, mal schneller. Turtle-Schlampe. Ja, du hast Schlampe, juhu. Mein erster Solar-Penal ist fertig. Alter Schwede. Haischwein. Jetzt Leder. Jetzt Leder. Jetzt Leder. Jetzt Leder. Peter. Der Hater late. Ach, stimmt, der ist jetzt bei MSO. Warum lädt meine Beltbox nicht auf bei dem Solar-Penal? Irgendwann, ich komm mal vorbei, sobald meine Turtle hier durch ist. Die deutelt nämlich gerade hier noch den Dschungelbaum weg. Wahrscheinlich nicht. Und bring deine Ranch mit, oder wie heißt. Ich hab keine Ranch. Okay, muss ich mal eine machen. Ich hab ne Ranch. Wow. Ich vorbeikomm den. Ach, so, so'n Ding hab ich doch. Ne Crank Ranch. Ja. Schwein, komm mal da raus, bitte. Geh mal da raus. Nicht in der Ecke bleiben. Jetzt kannst du nicht bleiben. Ach, Schweinchen. Danke. Schwein ist einfach nur scheiße. Aber ich hätte gern zwei Schweine. Bei eins. Ich hab ein Hausschwein. Oh, ich hab keinen Strom mehr. Das ist natürlich auch uncool. Leil, was hab ich denn da jetzt gemacht? War wirklich uncool. Ach so. Was ist das denn bitte? Ich hab den Solarpanel abgebaut. Und du wüsst dir, was da rauskam? Was? Den Denivator. Ja, dafür braucht man die Ranch. Ja, ich hab ne Ranch. Ich hab's mit der Ranch rechtsklick abgebaut. Ja, manchmal passt das dann trotzdem. Willst du mich verarschen, Alter? Der ist so teuer. Also fast. Aber trotzdem. Was geht eigentlich noch? Jenny, aber zu teuer, um das nochmal zu machen jetzt für mich. Für mich ist das zu teuer. Hättest du mal lieber den Wumpawimms gefragt. Der hat ja so ne Elektrik. Ich hab ne Elektrik, da ist 100%. Das ist die Chance 100%, dass es komplett rauskommt. Okay, funktioniert. Mein MFSU ist richtig angeschlossen. Hoffe ich doch mal. Und jetzt ist es. Ich bin also kein ganz, ganz... Jenny, darf ich mal bei dir unten gucken, wie du das mit der Turtle gemacht hast? Oder ist er unten einfach nur ne ganz normale Kiste? Ja, den komm hierher. Hier ist der Eingang. Den kommst du leichter rein. Ich bin schon unten. Ist er unten ne ganz normale Kiste einfach nur? Ja. Und da wird's rausgepumpt. Achso, das ist so'n, so'n, so'n... Aber hier pumpt sie grad noch nicht hoch, weil die... Was ist denn das für'n Motor hier? Boah, ich muss mich hier echt jetzt noch zurechtfinden, ey. Achso. Unglaublich. Kann man mit Wettzernmotor eigentlich ne Badbox? Nee, nee. Ich glaub nicht. Das ist doch scheiße. Ich glaub nicht zu verbrennen. Ich glaub ich start mal meinen anderen PC und tu mir hier mal... Gibt's so'n Tutorial hier? Schweini, Schweini, Schweini. Schweini, Schweini. In der Tutorialseite? Ja, willst du jetzt in der Website-Tutorial gucken, ne? Sehr entzillierend. Ja, könnte ich, du, könnte ich. Weil einfach... Ja, trotzdem. Aber trotzdem. Das ist doch total scheiße, wenn man jetzt da rumsteht. Ich könnte jetzt. Nee, ich würde ja nicht rumstehen. Ich spiel's auch mal, ich spiel's auch mal in meinem anderen PC ab. Und wahr? Ähm. Dann mach ich mir so'n kleinen... Mein Oberklockers. Wo ist mein Oberklockers? Hallo, mein Oberklockers. Werde geklaut. Keiner. Ähm. Ähm. Ich hab grad'n ganz anderes Problem. Echt? Du hast keine Energie mehr, wa? Nee. Ich hab' vergessen, den Hebel da anzubauen. Ja. Oh. Deswegen pumpt dieses verkackte Ding hier nicht hoch, wenn man mich auch noch nicht ankommt. Natürlich doof, ne? Kack. Ding. Kack. Ding. Kack. Ding. So. Ich kann die Tue nicht aufnehmen. Ich kann die Tue nicht aufnehmen. Achso, ich weiß warum. Achso. So, äh, liebe Leute. Ist da gar nichts drin? Nrm. Ist gar nichts drin? Willst du mich auch... Ah, und nur einer? Ich hab das niemals. Ich weiß, ich bin ein Idiot. Ja. Ja. Dass du sauer auf hast hast. Du, ganz nur die Klappe alten Tausend. Ich hab'n Diamant. Toll. Braucht da, braucht noch irgendjemand Hilfe mit irgendwelchen Zeug? Ich hab schon wieder ja keine Lust mehr, Leute. Warum nicht? Ja, kein Bock mehr. Weil das zu Tyler Müll ist mit der Scheiß Mining Turtle, ey. Nein, der hat ja einen Fehler gemacht, deshalb ist er wieder selber sauer. Die ist ein Block zu tief, ja? Jetzt ist es wieder sauer. Im Verhältnis, ja, zu der Truhe. Ja, klar. Deswegen ist ja nichts drin und die ganzen Sachen sind alle weg. Ja, das ist doch dein eigener Fehler gewesen. Ja, das ist auch eins, zwei, drei. Das sind nur drei? Ja, aber das ist halt so. Du bist das halt, Danny, da kann man halt nichts machen. Das ist maul. Tut mir leid. So, ich guck jetzt mal ein bisschen rum hier durch die Gegend. Durch die Gegend geschnabelt. Mal willst du mal ein bisschen durch die Gegend? Ich schnabbel mal durch die Gegend, genau. Oh, das ist das Gefängnis, ey. Gefängnis, Gefängnis, du hast nie, muss ins Gefängnis. Das ist das Gefängnis angeguckt, du musst ins Gefängnis. Stimmt, scheiße. Nein. Ich kann den Motor nicht. Oh, du hast nie macht. Oh, du hast nie macht. Du machst ein Ding ins Haus? Was? Du machst ein Ding ins Haus? Ja, naja. Ich versuche es. Wieso, so können wir es bis hin, wie heißt denn das? Marble, ne? Ja, Marble, genau. Eigentlich schön, Marble, ne? Auf jeden Fall. Ich finde das eigentlich super stylisch, aber ich werde, denke ich mal, den Hauptteil nach unter der Erdus verlegen. Unter der Erdus. Und deswegen muss ich erstmal hier mein Grundstück abmessen tun, weißt du? Ich habe auch überlegt, ob ich... Also, am Anfang wollte ich eigentlich so ein Grundstück bauen, wo oben halt ein ganz kleines Haus, was drauf ist. Und dann unterirdisch aber so riesen, riesenkomplex, weißt du? So ein bisschen, weißt du, weißt du, weißt du, weißt du, weißt du, weißt du, weißt du? Genau, genau. Und, ähm, aber irgendwann habe ich auch überlegt, ob ich mir so eine Fähre mache, so in die Luft, weißt du, so eine Glasfähre, wo man halt so drinnen wohnt. Ja, ich bin mir auch schon, das wäre ja auch gefällig. Natürlich auch eine geile Idee. Ja, aber ich bin mir noch nicht immer noch unsicher. Schießt ihr auf mich? Ja, ich. Na, Schatz hinein? Scherzgeleid, oh! Was machst du denn? Oh, verhast du doch gar nicht! Kann ja wohl nicht der Wahrsein. Können wir bei Danny gucken? Perfekt, meine Turtle, ich habe jetzt ein Stripped. Mein Programm und meine Turtle Stripped meint jetzt für mich. Danny, wo sind sie denn? Meine Turtle Stripped für dich. Stripped meint. Oh, Stripped für mich. Danny, du sagst, wir machen ein Baumhaus, ey, hier findet kein Mensch zurecht. Ja, für. Danny baut aber auch immer ein Baumhaus, ne? Baumhäuser sind die besten Sachen. Das ist, weil ich als Kind, weißt du, ein Baumhaus haben wollte und keins gekriegt habe. Okay. Boah, ist ja da traurig. Danny, was voll viel Zeug nicht abgebaut hat in den Wänden. Jetzt habe ich das Eisen da. Bei wem? Ja, ich bin zu faul dafür. Noch mehr Eisen, noch mehr Eisen. Kannst du für mich abbauen, wenn du willst. Nö. Ist ja immer wieder mein Grund, also kannst du es mir auch bringen. Naja, ne. Also ich würde es gern für dich abbauen, Danny. Ja, und den behalten, was? Ja. Und das war Kupfer noch, ey. Kupfer hast du auch noch. Kleine Kupfer hast du auch noch. Kleine Kupfer, nicht zu bullen. So, wer wohnt denn anders? Kannst du für mehr? Bons, 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 Bons. Wer ist denn das hier? Wer hat denn hier jetzt ein Rundstück? Hä? Wer ist das denn? Hallo. Das war, glaube ich, der alte Typ. Der hier. Käpt'n? Ja. Da darf ich hier übrigens seine Sachen nehmen. Oh, Käpt'n. Echt? Das ist Käpt'n, meinst du? Das ist aber unfair. Nö, ist so unfair, weil er hat ein paar tolle Sachen. Ich darf. Der hat doch gar keine tolle Sachen, oder? Awesome, ey. Ein Iron Furns hat er hier. Wow, ein Project Table. Krass, ey. Ach, das ist doch was, Mann. Ja. Und ein unterirdischer Weg. Erstmal reingucken. Erstmal reingwirzen. Kiliotzen. Uh. Kiliotzen. Ein Weg zur Meining-Türte. Ich hab schon keine Meining-Türte. Eigentlich keine Meining-Türte. Aber wir starten. Nee, keine Lust. Oh, mach mal. Ich starte Meining-Türte. Ey, wer hat mir das hier kaputt gemacht? Das ist echt, das sieht nicht gut aus, so. Mann, 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 Mann. Hat er mir was kaputt gemacht? Na, hier, das mit dem, mit dem Lava, mit dem Lava-See. Ich weiß es, ich hab's aber vergessen. Achso, ein neuer war das. Ich weiß, dass ich hab's aber vergessen. Oh, Danny, ey. Ich weiß nicht, wie der heißt, mein ich. Ja, du kannst bei Puppe reingucken. Ja, Puppe macht's ja auch schön. Macht's sich gemütlich hier. Ja? Nee. Schaut gut aus? Oh, MFE hat er auch schon. Ein Recycler hat er schon. Ein Messerwetter hat er schon. Ein Kompressor hat er schon ganz eine Menge. Oh, fünf ist dann schon wenig. Scheiß drauf. Der hat einen Messerwetter. Wie sagt das nicht? Ja, Puppe hat so einen vielen geilen Scheiß. Ach, der hat's ausgemacht, glaube ich. Achso, okay. Puppe ist eigentlich schon ziemlich krass. So, ich hab's auch vorher wenig Scheiße hier. Aber ich könnte ja noch ein bisschen Kohle vertragen. Will jemand's vorbeibringen? Kohle? Ja. Kohle war. Wenn ich, wenn ich ganz viel hätte, würde ich's dir vorbeibringen. Ich hab ein bisschen Kohle. Wie viel Kohle brauchst du denn? Du bringst so viel wie du kannst. Naja. Wie du entbehren kannst. Keine gute Aussage. Wie du entbehren kannst. Alles, was du entbehren kannst, was du nicht brauchst. Ich brauch nämlich sehr viel. Loy. Das ist ja überhaupt nicht richtig. Jeder soll selber meinen, Danny. Kann ich nicht. Ich will jetzt aufgehen. Und meine Puzzle ist bei der und ich würde es da reinmachen, damit... Auch wenn du dich aufs Hangel gehst, dann geht Connue. Das mag ich nicht. Willst du mich nur um die Turtle reinmachen? Nein. Keiner will was um meine Turtle machen. Nein. Ich helde aus. Wenn ich Pongue und Pongue, 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 Ingle und... Ach komm. Diese Wurst, ey. Um die Wurst. Dann in die Wurst, ey. So, ich Disconnecte. Ich Disconnecte. Viel Spaß beim Feiern. Jetzt geht es wieder los. Ja klar. Ich muss mit Schweinchen eigentlich. Schweinchen, wo bist du? So, dann beende ich meine Aufnahme. Tschüss und auf Wiedersehen. Ciao, dann.